Wo ich schon überall gewesen bin, in Städten wie Berlin, Wien, ich war wirklich an den verschiedensten Orten, Skandinavien, Irland, ja sogar auf dem Meer war ich, auf See oder auf Inseln wie den Seychellen. Aber ein Gefühl, und das ist das beste Gefühl, bleibt immer dasselbe. Ich lebe in der schönsten Stadt der schönsten Region auf der ganzen Welt. Trier. Was ich schon alles erlebt habe hier. Ich habe hier meine Freunde und hier will ich sein. Hier kann ich am besten feiern. Denn hier sind die Leute mit denen ich zusammen sein will. Zu jedem Ort in der Stadt fällt mir eine Geschichte ein, die ich dort erlebt habe. Mir fallen die Gesichter der Leute ein, die mich dabei begleitet haben. Trier ist so vielseitig. Tschüss. ен